Herzlich Willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andi. Wir spielen heute Infested Planets. Willkommen zurück Leute. Wir machen weiter mit der nächsten Mission. Mal schauen wie weit wir da kommen. Ich hoffe wir schaffen es wieder so schön wie die letzte. So, wir sind in einer Ecke. Ich würde sagen, wir bauen einen Heliport. Es ist zwar ein bisschen teurer Spaß, aber ich denke es wird was bringen. Auf einen Tower verzichte ich jetzt absichtlich. Wir werden gleich das da einnehmen. Und hier den Heli anfordern. Ich hoffe der kommt auch gleich. Jawohl. So, ich will das nur schnell einnehmen hier. So, dann gehen wir gleich zurück Deffen. Beziehungsweise... Ich überlege gerade, wie wir das machen. Ich werde hier was zum Deffen hin, und zwar einen Tower. So, das ist weg da. Wir werden hier einen Tower hinstellen zum Deffen. Das sollte reichen und dann gehen wir da weiter nach unten. Ich werde das hier einnehmen. Mit Hilfe des Helis. Zack. Das ist nämlich ziemlich schwer, weil wenn die sterben, hinterlassen sie so eine Mauer. Das ist ziemlich ungut. So. Voll drauf da. In der Hoffnung, dass das das bringt. Komm, 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 komm. Jawohl. So, jetzt müssen wir das nur stoppen hier. Dass hier keine weiteren mehr rauskommen. Haben wir geschafft. So, einnehmen nur schnell. Was ist mit dem da? Wieso? Hä? Wieso nimmt das hier keiner? Ah, jetzt haben wir zwei von denen. Okay. Dann werden wir den mal abholen. Was ist das da überhaupt? Hm, keine Ahnung. Aber wir werden es jetzt feststellen. Ich nehme das mal hier mit. Dann verkaufen wir den hier. Stattdessen nehmen wir noch einen Mann. Wir brauchen sogar noch einen zweiten. Einen Flammenwerferhammer. Okay, gut. Dann... Jo, lassen wir das mal so. Wichtig ist der Heli. Ähm, ich werde aber trotzdem einen Mann noch weg. Und wir werden hier eine... Verteidigung hinbauen. Ich glaube, das ist fällig. So, die braten wir jetzt schön. So, das hilft gut gegen die Mistkäfer hier. Wir werden das gleich einnehmen hier. Mithilfe des Helis. Mithilfe des Helis. So, gleich einnehmen. Zack. Da, nicht lange fackeln. So, da müssen wir ein bisschen aufpassen hier. Äh... Ich möchte hier nochmal einen Heli anfordern. Der kommt schon. Dass wir das auch hier einnehmen können. So, jawohl. Luftunterstützung vor der Win. So, jetzt drauf hier. Weil der Heli ist nämlich gleich weg. Ewig bleibt der nicht. So. Also mit Heli sieht es ganz gut aus. So, wir können das jetzt definieren. Wieso liegt der frei hier? Das verstehe ich nicht ganz. Hier haben wir auch eine Kanone. Das passt. Äh... Hier werden wir noch eine Kanone hin. Zwecks Steffen. Und zwar schön in die Mitte. So. Dann werden wir das da hinten einnehmen. Das sollte halbwegs zügig gehen. So. Feste drauf hier. Das braucht man nicht mehr. Das können wir recyceln. Die beiden nehmen wir mit hier. So. Die trage ich jetzt mal zurück. Wir brauchen hier nur eine... Eine zweite Kanone. So. Wir machen eine... Hier hin. Und eine... Hier hin. So. Dann werden wir das gleich ausrotten. Dazu schicke ich ein Heli mal. So. Der Heli hilft wirklich ungemein, Leute. So. Das gehört uns auch. Super getefft. Das hier verkaufen wir. Und wir bauen eine Kanone dahin. So. Jetzt alle zurück hier. Wir müssen hier defen. Da brauchen wir eine dritte Kanone sogar. Aber wir können das uns leisten. Das ist jetzt nicht das große Problem. So. Das hätten wir. Gehen wir weiter im Eroberungskurs. Was können wir noch nehmen? Wir nehmen den hier und eine Pumpe noch. So. Jetzt brauchen wir vielleicht nicht mal mehr den Heli. Das sollte er hinhauen. Bescheid reinpfeffern hier. Dann passt das. Hält viel aus. Hält viel aus. Aber es geht so. Das haben wir vernichtet. Die drei halten das hier am Laufen. Den da hinten wird eh keiner einnehmen. Dann können wir da oben jetzt mal angehen. So. Den Heli brauchen wir hier. So. Jetzt den Heli hier hin. Die werden wir alle anzünden. Das wird nicht das Problem sein hier. So. Sieht gut aus, Leute. Das Ding muss weg hier. So. Das nehmen wir auch rein. Dann werden wir das absichern. Mit zwei Kanonen. Okay. Mit einer Kanone. Aber einen Mann können wir noch nehmen. So. Das in der Mitte lassen wir vorher erst. Den schicken wir nach oben. So. Den schicken wir nach oben. Wie gesagt. Und dann greifen wir an die da. Heli voraus. So, das haben wir. Wir klauen die beiden hier. Das läuft schon halbwegs gut. Also der Heli ist absolutes Gold wert. Den von Anfang anzunehmen ist nicht mal so blöd, Leute. So, jetzt lassen wir den Heli hier reinpfeffern. Und danach hier reinpfeffern. Das sollte helfen. Jetzt geht er gleich da hin, aber okay. Das geht so auch, ist kein Problem. So, wir nehmen die beiden hier. Bringen sie hier hin. Leisten uns noch einen Mann. Der ist hier. Dann gehen wir von oben. Den Heli lassen wir ein bisschen mitmischen. Beziehungsweise den Heli hier hin. Jawohl, das geht gut. So, Attacke. Nochmal Heli. Wo bleibt unser Heli? Der mag nicht. So, wir werden das hier einnehmen jetzt. Was ist das jetzt? Müssen wir das in der Mitte hier platt machen vielleicht? Dann haben wir hier noch einen zweiten Tower. Gut, ich würde sagen, Attacke. Noch eine Pumpe mehr. Oh, das wird ein bisschen dauern. Wow. Die verbreiten sich, oder was? Noch einen kleinen Rückzug hier. Also ohne Heli geht da gar nichts. Oh, wir werden gerade überrannt, sehe ich. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Ich stelle jetzt da oben noch einen dritten Tower hin. Das muss hinhauen. So, dann gehen wir es mal richtig an hier. Müssen wir es kaputt machen, das Ding. Die Helis helfen uns, aber da unten wären wir schon angegriffen. Aber es geht so halbwegs. Lass den Heli jetzt direkt hier hinkommen. So, kräftig reinhauen, ha. Das kann nicht mal viel haben, Leute. Das muss krachen jetzt, jawohl. So. Mit dir. Und wir haben gewonnen. Nice one, Leute. Nice one. Das war eine wirklich schwierige Mission. Schau mal, was wir kriegen. Oh, 20.000, damit kann man arbeiten. Ja, mehr Ammo, da sind wir dabei. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich darüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi, let's play. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020